hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ich guck mal mein lager sieht gut aus essen alles gut zutaten kann auch so bleiben wir können ja dann wieder was kochen hier haben wir noch ersatz drin kann auch ein ei rein so das spiel hier nennt sich avatar frontiers of pandora hier ist der alte mann und der sucht jetzt hier noch so da ist das lager da müssen wir doch wie kommt man denn dahin von da ja leck mich lasst mich doch mal in ruhe da unten kann ich rüber schwimmen nee kann ich nicht rüber blockenzweig kann ich eine schnellreise machen ja mann gott sei dank dann müssen wir weiter oben rüber gehen verpisst euch dass die strömung so stark wir gehen da hinten rüber hier ist das wasser seichte einfach weniger los bleibt er stehen hier können wir jetzt rüber da warten sie schon ja regt euch ab eine große öl anlage ja sprüht abwasser einfach nach unten ziehen ach bei regen wäre besser gewesen ja stimmt oh bog oh oh Jeder Tag draußen im Wald ist ein neues Geschenk von Ewa. Die Sarentou und Aranahe sind befreundet. Deine Ausrüstung ließe sich verbessern. Wie wäre es hiermit? Cool. Donnerfälle. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ach, hier ist eine Treppe. Guck mal, cool. Oh. Und jetzt? Ach da. Hi. Mit dem kann ich reden. Nee. Tödliche Jagd. Wir gucken mal, wo das sein soll. Ein Sturmgleiter. Arnfähigkeit da hinten. Aha. Wir machen aber erst mal das da. Und wir haben jetzt hier den Schnellreisepunkt. Acht. Oh. Ich bin doch erst fünf. Ich würde gerne so eine ganze Anlage einnehmen. Endlich mal. Aber ich glaube, das werde ich auch diesmal wieder nicht schaffen. Trotz meiner Sprengpfeile. Nee, das wollte ich auch gar nicht. Da oben. Da wollte ich hin. Was mache ich denn? Da wollte ich hin. Ich habe mich schon gewundert. und das war das. Ich könnte... Ja, ich habe ja hier dieses Fallending, damit könnte man was machen. Oder müssten sie dich da rankommen? Kriege Hunger. Wie viele da sind, ne? Da hinten muss ich hin. Hm. Markierte Gegner, mache ich 15% mehr Schaden. Habe ich ausgewählt. Das sind irgendwelche Gasbehälter. Oh, vorsichtig. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das wird noch nichts für Stärkung. Der kriecht da unten rum. Du sollst laufen. Dachte ich mir so. Eine Höhle wäre schön, wenn man da durch eine Höhle da durchkommt. Dass man dann von oben Schutz hat. Aber nee. Die sind alle markiert. Warum haben die jetzt alle ein Schild? Das hatten die letztes Mal nicht. Guck mal, wie viele das sind. Achtung. Feind zur Basis vorgedrungen. Kapiert. Geh auf Position. Verstanden. Verteidiger. Geh auf hier. Geh auf Position. Oh, der kriegt sich gar nicht ein. Totaler Blödsinn. Klar, ich bin noch schwach, von der, von der, schwierig, äh, von Dings her, aber sorry, ich mach ja gar nichts, das ist ja als ob ich mit Stein werfe, so komm ich mir jedenfalls vor, ich würde wenigstens ein erledigt kriegen hier. Achtung, Feind zur Basis vorgedrungen. Wir schaffen das, höchst mir meine Stellung. Erschieß es! Den Unterweg. Und wie schnell die sich bewegen können. Guck mal, gar keine Chance. Du sollst, ach. Äh, ich halte doch hier. Mensch. Schuss. Du bist. ich habe jetzt nicht gesehen wo ich was gegessen habe das ist einfach nicht machbar ach so noch können wir welche bauen ich mache jetzt erstmal so wie material habe und dann gucken wir mal weiter ich weiß nicht warum er das jetzt gemacht hat keine ahnung guck mal hier haben wir schon ein bisschen ruhe macht keinen sinn ich habe keine money mehr warte mal wir müssen diese kumpen müssen hier weg diese das sind aber geschütze da ist noch einer da sind noch welche das sind geschütze kann man die irgendwie hacken ich weiß es nicht wir werden es gleich merken weil ich jetzt runter gehe und sterben werde hier liegen die reste von den hier war irgendwas blaues ne da sind sachen da da hinten wir werden hier sowieso nicht überleben ich bin da total unoptimistisch was das betrifft ich weiß nicht ob man die hacken kann ich kann hier unten lang gehen guck mal warte mal ich kann noch was anderes gucken aha wir müssen ja da ist gehört das hier dazu ich weiß es nicht schließe die palplein schließe die palplein also muss es ja das dazu gehören dass da was ich gesehen habe dass da unten und die haben irgendwie ein schutz ich weiß nicht was passiert wenn wir das machen ob denn hier alles hoch geht das ist hier unten irgendwo da ist irgendwas das ist weiter weg ich soll die werkzeug schon in der hand nehmen was haben wir denn hier inventar voll aha wo ist denn das ding da drinnen nein hier kommt man nicht rein wie soll ich denn da jetzt rankommen machen und um Basis vorgedrungen. Alarm auf der Basis. Alle Soldaten in Einsatz vereinschaften. Wo ist denn das Ding, Nu? Ich seh's doch hier, da oben. Das ist drinnen. Ich komm hier nicht rein. Denn es ist sinnlos. Sinnlose Nummer von mir. Von oben geht auch nicht. Die Tür ist zu. Achtung, Feind zur Basis vorgedrungen. Alarm auf der Basis. Alle Soldaten in Einsatz vereinschaften. Oh, dass dieses Rumgeeire nervt. Beim Springen meine ich jetzt, ne? Wo soll ich denn, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Ich, äh, hier ist ein Kasten. Hier endlich. Achtung, Feind zur Basis vorgedrungen. Ach, die Sicherheits... Vielleicht sollte ich erst die Sicherheitskontrollen abschalten. Ja, wo finde ich den Raum denn jetzt? Da oben? Und da sind ganz viele Gegner, würde ich sagen. Kann ich da was machen? Da ist was. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn da oben eigentlich? Ist mir jetzt auch egal. Was ist denn da? Wo? Das ist da oben irgendwo. Da ist ein Bohrturm oder sowas. Dann wäre ich doch da gar nicht hingegangen. Das ist so hirnrissig gewesen eben. Sind jetzt alle wieder am Leben. Natürlich. Alle wieder da. Seid besonders achtsam auf der Höhenprädie. Ihr befindet euch auf dem Kreativteller. Ja, das kotzt mich jetzt an. Ganz ehrlich. Was haben wir denn da? Die ganzen Ressourcen sind weg. Alarmstufe Geld. Alle Truppen auf Patrouille müssen wachsam bleiben. Das war so gut. Ich hatte schon so viele erledigt. Aber ich weiß, was ich machen kann. Ich nehme die drei. Ob das funktioniert? Ja. Ihr habt nichts gesehen. Der macht jetzt Alarm. Man kann das nicht sehen. Man kann das nicht sehen. Alarm auf der Warte. Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft. Toll. Nein! Die hauen dann ab, ne? Nee. Das ist ein Soldat, ne? Oh, Mensch! Habe ich nicht gesehen. Warte. Heile! Äh. Okay. Ah, mein Fleischspieß ist noch da. Ich habe doch da eine Falle gebaut. Wir müssen zu diesem Kontrollraum, würde ich sagen. Der ist da hinten. Ich war vorne da oben. Da ist eine Waffe. Die will ich jetzt sehen. Was haben wir denn da? Aha. 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 Oh, was ich gerne speichern würde. Zwei habe ich davon. Das hat geholfen. Ne, macht keinen Sinn. Einen habe ich noch. Wo geht ihr denn jetzt lang? Was machen die denn hier? Die hängen da fest. Die hängen da fest. Und ihr könnt mich nicht sehen, ne? Da hängt einer. Die sind so weit weg. Alarm auf der Basis. Alle sollten aus den Einsatzbereitschaften. Dich habe ich aber markiert, Freund. Könnte ich dir jetzt einen verpassen? Bist du dicht genug? Oh, was ist denn das hier? Ah! Scheiße. Scheiße. Mach nächste Folge weiter, ne? Tschüss! Musik Die sindse doe ich.